Das muss ich auch nicht. Das ist cool. Das habe ich in der ersten Runde schon erzählt. Ja, die hört auch keiner zu. Die erzählt halt viel Scheiße. Ja, die hört keiner zu. Okay, können wir starten, dann mutte ich euch auch nicht. Ja. Ja, ich bin auch bereit. Ja, alle sind bereit. Ja. Wer isst wieder Brotchips? Muss ich endlich mal starten. Hast du Brot? Der war jetzt immer noch hier, ne? Äh, genau. Okay, dann starte ich nochmal ne Runde. Okay. Ich bleib aber jetzt erstmal bei der Map, damit wir die raffen, ja? Ja. Okay. Weil ich kann ja auch noch andere Maps einstellen, aber ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt die ganze Zeit andere Maps spielen, dann wissen wir gar nicht mehr, wo irgendwas ist. Außer ihr habt was dagegen, ihr wollt ne andere Map spielen. Ja, los. Jetzt mach einfach. Aber ist ja nicht gut, dass das schlag ich. Das ist geschafft, ich war genau hinter dir. Okay, tschüss, bis gleich. Tschööö. Uh, ich bin Trader, hört ihr mich? Wir müssen alle mich foppen und wissen, dass ich Trader bin. Schalte Feuer-Sabotage, schalte Gift-Sabotage frei, schalte Nebel-Sabotage, schalte Fertil-Sabotage. Da oben ist er auch. Ufa. Töde ich jetzt jemanden? Ah, kann ich noch nicht auf Space. Okay. Die Straßen, die Straßen, die, die, die Straßen, ja. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho alter ich will melden ja ich auch stefan steht drei meter daneben ist aber davon weg gegangen problem ist ich könnte mir vorstellen wäre du du ein bisschen verdächtigt nein ich habe ich habe den melden knopf ich dachte am brunnen wäre was zu melden ja ich wollte das melden ich hab ja auch gesehen aber ich glaube der peter ist also ich wusste nicht wie man ich wusste nicht wie man jemanden melden du musst mal wieder deine sensibilität von der mikro oder so hochstellen du hakt ja aber jetzt mit dem voten auch quasi undurchsichtig geheime wahl ok später ich kann mich immer ich bin ich erst mal mit dem kill durchgekommen ich wollte das wirklich melden genau ich habe es nicht gefunden ich puste so gerne ah oh mein schiss hat nicht aufgeflogen ich weiß nicht kann die leiche jetzt nicht auch wieder finden ich muss mich ganz schnell von der map verpissen also an der stelle also jetzt muss jemand in der kursale sprechen näh muss hier jemand rein näh auch nicht weh weh was wenn du mich verfolgst hast du geschissen so jetzt muss ich weg ich melde mal der alex ja ja ich habe die alex gefunden keine ahnung ich weiß nicht mehr wenn er nähe war ich also melden wichtigste wie viel tast ich habe noch ein und da bin ich gerade davor ich muss noch zwei sachen mit lebensmittel machen es müssen noch zwei leute getötet werden das werden wir eigentlich zeitlich schaffen gerade also ich wäre für skippen immer noch ok oder wir kicken den kicken den stefan ich verstehe nicht warum er immer gegen mich aber er war halt eben schon verdächtig und er lebt jetzt immer noch und er ist jetzt auch noch der caller das ergibt ich weiß nur dass peter einfach schon 80 mal an mir vorbeigelaufen ist passiert ich sehe eigentlich fast gar keinen also wenn einer tut sein sollte und der gleich noch mal ein meeting gemacht stefan eindeutig okay dann bis gleich beim meeting wenn ich dann bin dann vergift dich mal den brunnen oder töte leute ich darf mich nicht am brunnen erwischen lassen da muss ich mir da machen lalalala ich brauch leute ich muss leute finden ich bin verdächtig ich weiß da nicht wieso achso müssen ihre aufgaben machen die müssen bestimmt die boxen arrangieren vorstellen ich bin zweimal durchgekommen ich bin zweimal durchgekommen aber auch nur weil wir angst hatten dass du der dodo bist deswegen weil du standest halt bei der leiche und sagen das hat spaß gemacht ich will mal kurz eine pause machen mhm wollen wir gleich weitermachen mhm mhm ja ok da bist gleich jo 3 für Vielen Dank.